TKKG, das Leere Grab im Moor. Das habe ich als letztes als Kind als Hörspiel gehört. Das ist allerdings keine Hörspielkassette, sondern eine Datenkassette für Heimcomputer. Das Europa-Label hat nämlich Mitte der 80er nicht nur Hörspiele rausgebracht, sondern auch Datenkassetten. Europa Computer Club, das Leere Grab im Moor, ein Textabenteuer. Insgesamt 33 Kassetten, davon waren die meisten Spiele. Drei Anwendungsprogramme waren dabei und noch drei Lernprogramme, Mathe, Englisch und Deutsch, jeweils mit drei Lektionen auf je einer Kassette. Hier habe ich als Beispiel mal die Computerorgel, das ist so ein Musikprogramm, das war eins der Anwendungsprogramme. Neben TKKG habe ich hier noch als Vertreter der Spiele die Schatzsuche, ein Actionspiel für einen Spieler mit Joystick. Und als Vertreter für die Lernprogramme hier die Englischstunde Lernprogramm Lektion 3. Ja, für Englisch haben wir heute leider keine Zeit, deswegen gucken wir uns natürlich die zwei Spiele an und wenn wir dann noch Zeit haben, vielleicht das lustige Rumgeorgel auf dem C64. Wir starten mit TKKG, bevor ich das Programm jetzt aber hier auf dem C64 lade, noch eine kleine Besonderheit, denn die Datenkassetten hatten alle eine Besonderheit. Auf der einen Seite war immer das Programm für den Commodore 64 und auf der anderen Seite für den Atari. Da ich aber leider keinen Atari habe, müssen wir uns heute mit der C64-Version begnügen. Also rein damit! Das Laden kann einen Moment dauern, ihr müsst da nicht mit mir warten. Europa Computer Club 1985, na da bin ich ja mal gespannt. Die Ladezeit war jetzt ziemlich lang, ich habe jetzt ziemlich lang gesessen, aber es ist ja auch ein Textadventure, wird wahrscheinlich ein bisschen ein größeres Programm sein. Das leere Grab im Moor, ein Textabenteuer. Und wenn das Programm nicht da ist, kann auch keiner karate und kann sie alle fertig machen. Das wird ja eine spannende Sache. Folgende Befehle kann zu anwenden, Norden, Süden, Westen, Osten, Hoch und Runter und nehme irgendwas, öffne irgendwas und lege irgendwas ab. Okay. Hallo, nun geht die Suche los. Du bist am Anfang des Moors, deine Freunde suchen nach der Schatzkiste. Ein kühler Wind streicht durch die Felder. Du siehst einen Stock. Oh, dann nehmen wir den. Nimm Stock. Nimm Stock verstehe ich nicht. Nimm Stock. Nimm einen Stock. Da bin ich auf die Kördertaste gekommen. Da ist die Fehlerabfrage ja schon sehr gelungen, würde ich sagen. Also, nimm einen Stock vielleicht. Nimm einen Stock verstehe ich nicht. Nimm einfach. Nimm verstehe ich nicht. Warte, Hilfe. Nehme. Achso. Nehme Stock. Stock verstehe ich nicht. Nehme Stock. Okay. Oh, jetzt wird sie auch noch case-sensitive groß und kleinschreibung. Wie soll das denn gehen, bitteschön? Wie soll ich das denn jemals schaffen? Okay, es geht weiter. Äh, Norden. Im Moor. Hier stehen einige verrottete Autos. Der Boden ist mit frischem Sand bedeckt. Vielleicht können wir das Auto öffnen. Öffne. Auto. Auto verstehe ich nicht. Ach ja. Öffne. Auto. Großgeschrieben. Na gut. Ein simples Adventure. Äh, ich gucke mir aus Zeitmangel jetzt mal das nächste Programm an. Run Stop Restore. Kann ich das aber hier abbrechen. Dann gucken wir mal. Hier ist das Listing. Tatsächlich. Also alles in Basic geschrieben. Das Ganze jetzt hier für den Commodore 64. Äh, der hatte ja ein sehr abgespecktes Basic. Und deswegen musste man da viel im Speicher zu Fuß machen. Deswegen war das Portieren dieser Software auf den Atari wahrscheinlich nicht so einfach. Oder vielleicht hat man es auf den Atari geschrieben und dann auf den C60 portiert. Wie auch immer, es wird etwas aufwendiger gewesen sein. Schauen wir uns mal das nächste Programm an. So, dann sind wir wieder. Europa Club 85. Computerorgel. Hervorragend. Sie können zwischen zwei Keyboardzuständen C bis A, also C3 bis A4 und C5 bis A6 wählen. Die Auswahl erfolgt über 1 und 2. Falls Sie aus dem Spielmodus heraus die Anleitung sehen möchten, drücken Sie Ctrl E. Zum Beenden des Programms Ctrl E. Ja, da gibt es noch irgendwie F1, F2 für irgendwelches Zeug. Wird es loslegen. Oh, haha. Also ich kann hier lustig rumspielen. Also man darf nicht zu viele Tasten drücken, dann funktioniert es nicht. Okay, was geht denn hier noch? Hier war doch irgendwas... Ah, hier, Sägezahn. Rechteck. Rauschen. Und wieder Dreieck. Okay, das sind die Möglichkeiten, die der Soundchip im C64 hat. Oh, wir lassen es mal hier drauf. Wie ging der Rhythmus an mit B? Oh ja, Walzer. Oh, der Beat. Und Rock. Ja, ganz schön leise. Und noch der Marsch. Ich probier mal was. Habt ihr das erkannt? Das war das TKKG-Theme. Es war nicht perfekt, aber es war doch ganz nett. Na gut, ganz nett ist auch dieses Programm. Schauen wir nochmal eben, ob da auch ein Basic-Listing existiert. Wie ging das denn noch? Äh, Ctrl E. Alles klar. Programm abgebrochen. Hervorragend. Ja, auch hier ist ein Basic-Listing vorhanden. Jetzt natürlich in Groß- und Kleinschrift. Das ist aber nicht so schlimm. Äh, ich würde sagen, ein bisschen Zeit haben wir doch noch, oder? Dann gucken wir uns doch schnell die Schatzsuche an. Ich bin gespannt, ob ich noch irgendwas finde. So, da sind wir. Computer Club 1984. Das ist also eins der früheren Spiele. Ich bin sehr gespannt. Joystick ist angeschlossen. Los geht's. Commodore Version von Arvid Pohl. Einen Moment bitte. Das Spiel heißt ja Oktopus. Das ist ja Betrug. Auf der Hülle steht Schatzsuche. Was soll ich denn davon halten? Oh, es geht los. Ich bin der Taucher hier. Da habe ich die Fische. Mit dem Fischen passiert nichts. Da unten habe ich Sauerstoff. Ich nehme mal an, diesen Oktopus da. Oder hat das Oktopode? Ich weiß es gar nicht. Den darf ich nicht berühren. Das ist hier unten eine Schatzkiste. Die will ich haben. Ah, wenn ich Feuer drücke, dann fährt da oben mein Schiff. Okay. So, warte. Ich muss hier nochmal eben dem Oktopoden ausweichen. Oder Oktopus. Oder wie auch immer. Mich kriegst du nicht. Und jetzt? Ah. Ah, okay. Ich darf da nicht seitlich. Muss ich also wahrscheinlich erst mal mit dem Schiff hier hin. Nein, nicht so weit. Ah, ich bin zu weit gefahren. Okay. So, jetzt stopp. Und. Das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, das ist so eine Pixelarbeit. Moment. Ich fahre nochmal drüber. So. Ah, jetzt. Oh, jetzt. Jetzt hängt der Schatz dran. Schnell einsammeln. Ha, 1000 Punkte. Juhu. Ich bin ein Super-Schatzsucher. So, weiter geht's. Ach, Mist. Da cheat er mich mit runter. Oh, mein Schiff steht an der richtigen Stelle. Jetzt muss ich nur noch den Sack zumachen. So. Okay. Ist ein Punktespiel. Ich nehme mal an. Sauerstoff unten steht für meine Zeit, die ich habe. Für die Zeit, die ich habe, um das Ganze zu schaffen. Also, man muss wahrscheinlich möglichst viele Punkte in möglichst viel Zeit machen. Komm. Ich lasse mich hier nochmal mit runternehmen. Und schau hier auch nochmal eben. Möchten Sie nochmal tauchen? Äh, nein. Dann eben nicht. Das ist eine typische Verabschiedung, oder? Hatten viele Spiele damals. Irgendwie so ein bisschen zickig. Antworten, wenn man das Spiel beendet. So. Hier ist das Listing. Auch wieder ein Basic-Listing. Wunderbar. So, ich komme zum Fazit. Also, die Spiele sind qualitätsmäßig... Möah. Also, das TKKG-Spiel, auch wenn ich ein bisschen gehypt war, ich glaube nicht, dass es so besonders gut ist. Das Taucherspiel war ganz spaßig, aber auch natürlich furchtbar simpel. Aber auch alles in Basic geschrieben. Da ist halt geschwindigkeitstechnisch nicht viel zu gewinnen. Sehr interessant finde ich, dass tatsächlich auf den Kassetten immer für zwei Systeme die Programme drauf sind. Einmal für den Atari und einmal für den C64. Leider habe ich keinen Atari. Kann ich euch also nicht zeigen. Ich bin eher so in der C64-Fraktion. Aber sei es drum. Vielen Dank, Joachim, dass du mir die Spiele hier hast, leihweise überlassen. Ich werde mir die auf jeden Fall nochmal etwas genauer angucken im Livestream. Und auch nochmal ganz, ganz vielen Dank für dieses hier. Habe ich noch gar nicht gezeigt. Ein Simulationsspiel, die Dampfmaschine für einen Spieler mit Joystick. Das Besondere an der Kassette ist nämlich, die darf ich behalten. Vielen Dank dafür. Ich verabschiede mich mit einem Kommodeurengruß. Bis hoffentlich bald. ZEF und ZEF und ZEF. Untertitelung des ZDF, 2020